Hallo, hier ist euer Shabby hd//fin also so heißt es, real life bin 16 Jahre alt und mache Vlogs hier auf Shabby's Welt Inspiriert wurde ich von Dat Shining Shining, also Aka Shining Character, Aka Nico also jetzt kommt noch an er hat mich nicht getaggt, aber ich nehme das alles meinen Tag auf die Frage 1 lautet was isst du am liebsten? das ist Calamares das sind Tintenfischringe also ich esse die Tintenfischringe mit Knoblauchsoße sehr gerne ähm ja ich habe eine Sparke die Frage 2 lautet was trinkst du am liebsten? Cola was so isst Frage 3 lautet wie hast du dein Lieblings Lieblings Getränk ne, was labere ich denn da? Frage 3 wie hast du dein Lieblings Essen kennengelernt? ja meine Mutter kam eines Tages mit den Dingern an hat sie in den Ofen geschoben und ja ich fand es lecker ähm jetzt kommt die Frage 4 wie hast du dein Lieblings Getränk kennengelernt? ich gucke hier gerade auf meinem PC da rum hab die Fragen jetzt nicht aufgeschrieben oder so ähm ähh 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 Frage 5 ach ich bin zu verpeilen scheiße ähm warum magst du dein Lieblings Getränk ähh Lieblings Essen weil es lecker schmeckt einfach weil es mag ne Frage 6 kommt jetzt ihr könnt ihr denken was jetzt kommt warum magst du dein Lieblings Getränk also Lieblings Getränk weil es lange wach macht und weil es lecker schmeckt pfff jetzt kommen wir zum Info Video Infoteil Entschuldigung ähm ich werde jeden 3. bis 2. Tag was hochladen ähm ja 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 weißt du das? pfff duktktktktktktktktktktktktktktktktktkt ok das war ähm vergesst du das einfacher ähm Nein, ich werde jetzt auch wir nehmen gerade drei Minuten 18 auf, weil ich nehme das Ganze selbst den Bildschirm oder ist ja nicht was labere ich dafür eine Scheiße? Neeee ähm Ludo's like boy ich gucke gerade auf irgendwas mit dem TS den ich ja neu gekauft habe der wird auch in der Beschreibung sein der TS dann könnte mit ihm mal reden oder so, keine Ahnung was er mit mir machen wollte zappen, keine Ahnung ja das war es eigentlich mit dem Video und Vlog und das ja, tschüss, bis zum nächsten Mal haut rein bam, scheiße egal, das kann ich auch raus schneiden